Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play-Canadon-Statman! Wir sind in einer Überdosis gestorben. Äh, weil wir ja zu viel verraten sind, dann haben wir jetzt einen Spur zu bekommen. Also, jetzt müssen wir die Szene neu starten. Oh, oder auch nicht. Ah, jetzt. Mal schauen, mal schauen. Oh, ne Kanase. Was ist? Lass den Scheiß, Lynch! Lass den Scheiß, was zum Teufel soll das denn heißen? Nn, ich hab nichts mehr. Nein. Die Lage daraus. Ich kann jetzt sogar selber werfen? Wie denn? Ach so. Hä. Ich kann schütten die Kanase. Äh, okkulieren. Nein. Oder, ich hab es jetzt gar nicht mitbekommen. Oh, der wirft also unglaublich weit. Oh, nein. Nein! 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 Hier irgendwo ist ein Sniper. Er sucht mich. Ist der unten links da? Na? Na? Äh! Scheiße! Hä! Du hast uns mal... Okay. Du hast uns zurückgelassen und die Beute geklaut. Entscheißer dich. Ich hab dich wie eine Sohn behandelt. Du hast drei Wochen. Nicht mehr. Nee, nee. Hä! Hä! Mein Gott! Help me! Hä! Hä! Da unten nichts mehr so... Hä! Da unten nichts mehr so... Hä! Da unten nichts mehr so... Ich wiederhole! Waffen weg und kommen sie mit erhobenen Fände raus! Wir haben das Gebäude umstellt! Ich hab so ... Ich hab so ... Mache die Suppe. Mache die Suppe. Ah! Ah! Wunderbar, kratze! Wunderbar! Du ziehst, da raus! Nein! Boah, das war knapp, das war knapp. Heilige Scheiße. Oh, ja, hallo. Spiel ich etwa? Spiel doch, ey. Können wir halt in Be... 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 Belegung, ist klar. Bewegung bleiben. Äh, ne, 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 ne. Hirn-Chirurg. Geil. Ich weiß nicht, ob ihr die Errungenschaften unten seht, aber... Ja, aber... Keine Ahnung was. Du kriegst mich niemals. Oh, komm, Eingang, okay. Komm, rein, 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 rein. Komm, rein, rein, rein. War doch toll. Wir haben's geschafft. Toll? Was zum Teufel war da drin los? Ich hab doch gesagt, die Gasmaske war so heiß und... Deshalb hast du alle getötet? Hör mal, mir war heiß. Hab nichts gesehen. Und überall waren Bullen. Ehrlich, die waren wie die Fliegen. Aber warum hast du die Geiseln getötet? Warum, was soll das heißen? Sie sind aufgewacht. Wollten nicht stillhalten, da musste ich was tun. Na, halt den Mund. Weiß dich zusammen, hörst du? Immerhin sind wir entkommen. Mit so einer Scheißnummer kommt niemand durch. Scheiße, könnt ihr eure verdammte Klappe halten? Konzentrier dich aufs Wahn. Solange ihr mir den Hügel zum Hals haltet. Nö, ich habe die ganze Zeit nach der Kiste nicht zu schauen. Ich kann nicht, ah. Ja, wenn ich ziehe, kann ich an sich. Äh, bitte nicht bewegen, nur nach oben, nach unten. Halbwegs, aber ich kann an dich nur schießen. Ja, komm. Ja, ja. Ja, komm. Komm. Na los. Na gut. Ah! Was ist denn gemacht, dass du scheißfach, ey? Was soll die Scheiße? Ah! 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 Was machst du denn? Hilf mir gefährlich! Näh! Auf einmal kannst du keine Kops mehr töten? Ich kann nicht! Fuck! Was war da drin los? Scheiß du mir? Oh Scheiße! Oh Scheiße! Warum muss ich immer alles vermasseln? Näh! Keine Ahnung! Was war denn zu sch... Sch... Bist du langsam war ja zu schnell! Näh! Ja, ich kann ja gerade aus, wie es ist Trangas, oder? Bro! Oder Gift! Okay! Hallo! Ja, es ist... Äh... Trangas oder so. Ja... Ups! War ich das? Nein! Nein, war ich nicht! Jetzt behalten! Der Tunnel ist gespart! Mach den Weg frei und wir sind erledigt! Ja... Tolle Ausdrucksweise! Wir sind im Arsch! Scheiße! 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 Äh, passt sogar! Wir sind im Arsch! Du bist... Ich war Recker! 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 Nein, ich darf noch sterben! Ja... 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 Errekener... Errekener... Geil! Ach, geil! Ach, nö! Ich geh jetzt davon und schieß den Scheiß Schauffüczen ab! Ich weiß, ob du es bist oder auch nicht! Ups! Scheiße! Hey, Nao! Du bist gerade die geklaut! Wir sind hier fertig! Geh mir! Ich bin in diesem Part erst, wenn ich die mich im Bett mit Schaubo! Aber ich werde aufgeregt noch lange warten! Ist das schaffst du zu tun? Hallo? Danke sehr! Okay, ich muss jetzt ein bisschen zurückziehen! Hä? Wo ist der Typisch hin? Ach da! Da kommt der dran! Hallo! Schön mitfahren! Zurück in den Van! Ja, ich bin ja auch heilig! Komm, Lynch! Komm, noch mehr Bullen oder? Nicht! Oh, nein! Ich hab' noch mehr! Das werden ja immer mehr! Nehm' was du getan hast, unterd á dich das? Ja! Nisch auch! Ach! Ich kann alles! st jetzt der fahrer durften Horn bis an die Schichtspur einfach Pfarrer muss gelernt sein Sieh auf! Fahrer! Kriegen wir das blöde Ding wieder zum Laufen? Wenn nicht, sind wir erledigt, Leute. Aber gib mir Deckung. Ich glaube nicht, dass die Küste hier noch viel mehr aushalten wird. Was ist passiert? Du warst K.O. Hoch mit dir. Sie kommen in unsere Richtung. Warum hast du mir nichts von deinem Problem gesagt? Ich dachte, ich hätte es unter Kontrolle. Aber ich habe kaum noch Medikamenten. Alter, ich vergesst mich so nicht zu beenden. Oder in Part zumindest. Mir auch gar nicht. Wenn ich tot bin... Wenn ich in Part... Du hast uns zurückgelassen und die Beute geklaut. Du scheiße. Super, alles. Du hast drei Wochen. Nicht mehr. Okay! Scheiße. Wenn du denkst, lass da euch einfachen... Du verdammter Verräter! Wir brauchen Unterstände! Verdammter Verräter! Pieh... 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 XC Errõõõõõõõõõõ ande 부u R exercis Tiet pending ich in keine Punktved determined. Ich legst halt Hallelujah...